Hi, ich bin die Klara und ich bin die Lisa. Ich bin 24 und ich bin 21. Wir machen die Ausbildung zur EuroCoffer und sind derzeit im dritten Lehrjahr. Wir haben jetzt die Chance bei dem Projekt trainiert, Ferme zu machen. Und freuen uns schon auf Interviews, Videos, Blog-Einträge und letztendlich auf die Messe.